Einen wunderschönen guten Morgen, es ist mal wieder Samstag, zu übelster Stunde, 11 Uhr 47, 12.12. im Jahre 2009, ich glaube ich sagte eben schon, es ist wieder soweit, die Weihnachtsfeier muss aufgebaut werden. Von der ersten und zweiten Seniorenmannschaft, des SV Löwenig-Widdersdorf, ich glaube du hast S dran, ne? Ich habe heute mein geiles All-In-Club-Mixery-Shirt an, was ich irgendwo mal auf einer Promotion-Aktion bekommen habe. Wollen wir mal gucken, 12 Uhr ist Treffpunkt, ich kann die Lungs ja nicht im Stich lassen. Ich nehme mal besser mit, lieber zu viel als zu wenig. Fotoapparat immer dabei. Ups, wo habt ihr das gesehen? Fast runtergefallen. Ich glaube ich sollte aber noch einen Akku aufladen. Das ist auch wieder einer der Videos, die ich drehe und die veröffentliche. Da sieht man, was ich immer vor Vorbereitung habe. Akku 3 raus. Akku 2 rein. Test. Geil. Von mir aus kann die Party beginnen. Für die Jungs ein bisschen Deo. Damit das nachher nicht viel heißt, boah ist der Fell mal gerochen. Fette Ekelsau. So, dann möchtest du das schon an. Jetzt bin ich cool. Ich hab mir einen Pickel, ne? Ein bisschen Pickel, ein bisschen Frügel. Ein bisschen Sonne. Bin ich mal gespannt, wie viele Leute diesmal beim Aufbauen helfen. Gebe jetzt hier die ersten Tipps ab. Ich vermute Salvatore. Sichere Nummer. Dann Stolli. Saverio. Jupp. Und ich. Vielleicht auch diesmal Markus Nork noch. Weil er ja die Kasse hat. Aber vielleicht auch noch ein paar andere spontane Helfer. So, jetzt mal hier nochmal kurz begutachten hier. Ich hab heute ein bisschen Problem mit der Kameraführung. Naja. Boah. So. Guck, wie kann ich die hier genau gerade ausstellen? Ja, super. So stellte ich mich auch in Null beim Fahren. Fantastisch. Ja, willkommen im Quiz-Taxi. Mein Name ist Thomas Hackenbroich, wie er heißt. Jetzt haben wir Thomas Hackenbroich. Ich hab morgen auch gesehen. Küss-Taxi. Du. Nee. Jetzt haben wir natürlich. Geile Musik jetzt hier. Achtung. Blinker, Spiegel, Schulterblick. Das ist die Berliner Luft, 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 so mit ihrem hollen Duft, Duft, Duft. Ja, 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 ja. Das ist die Berliner Luft, 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 so mit ihrem hollen Duft. Ja, 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 ist Berliner Luft. Das ist die Berliner Luft, Luft, Luft. Ich mach mal leicht, Bruder, mit der Stimme. Jetzt möchte ich mal die Kamera nehmen, wenn wir gleich drehen, weil wir fahren jetzt gleich an den Kastanien rein. Und da steht schon die ganze Meute. Meute. Spiegelblinker, Schulterblick. Uh, und Kamerophess hat noch, boah, was für eine Reaktion. Das macht die Berlin. So, ich nehm mir hier direkt mal die Kamera in die Hand. Jetzt biegen wir nämlich in die Straße ein. Da. An den Kastanien. Ha, da steht schon wieder das Salva-Mobil. Immer einer der Ersten da vor Ort. Wahnsinn. Das Wichtigste ist, deswegen nehm ich die Kamera immer mit und muss weniger arbeiten. So auch dieses Jahr der Plan. Okay. Lexi, heute Morgen! Morgen. Guten Morgen, guten Morgen. Und wieder eines der Videos, die nie veröffentlicht werden. Jedes Jahr. Ich hab schon, glaub ich, 70 Stunden Filmmaterial. Ich hab auch vorher gewettet, wie heute alles kommt. Ne, Stolli Salva hab ich gewettet. Dann, äh, Jupp, noch vielleicht. Saverio. Saverio. Und dann, Markus Nord vielleicht noch. Was für ein Alex Will. Von der Freundin jetzt getrennt, hat er mehr Zeit. Echt, ja? Echt? Hier soll es ein neues Kloß geben. Hier? Boah. War hier vorne meine Tür? Boah. Ja, die Stadt Köln halt mal wieder, ne? Leck mich am Arsch. Boah, alles neu hier. Boah, das ist mir allein fast durchgegangen, heute. Schließen. Für Nacht. Hier stopfen. Riesenspruch da, die nette Toilette. Hier finden Sie, die nette Toilette. Boah, von denen, von denen sieht es aus, ob voll die Kante wärst, ey. Auf dem Grund, oder? App wie will. Alles klar? Was haben wir da gehört? Deine Freundin ist jetzt, äh, hast du keine Freunde mehr? Ja, ja. Na, weiß man noch nicht, ne? Sagt besser nicht, aber das heißt, musst du heute 30 Euro bezahlen? Ha, 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 ha. High five. Wieso nicht? Hat jemand mitgekommen, der? Der kommt mit, irgendeine andere? Ja. An die Ex-Freunde von Alex. Wir brauchen dich schnell. Ich hab extra die, ich hab extra die Kamera mitgenommen und möchte, wie er wen ich machen muss. Ja, ich schmeiß das. Komm. Scheiße. So, ich, äh, pack mal an. Boah, fett. Alter, hier war wieder Graffiti Artist MF da. Boah, be there or be square. Be there or be square. Ja, hab ich für ein Foto. Ich komm heute Abend gar nicht. Nee, kommst du nicht? Nein, ich kenn dich leider. Ach so. Tommeler Preise. Das gefällt mir echt gut hier, das Shirt. Ich muss so viele Bonks, äh, so viele Dinge kaufen, dass ich das Shirt hier kriege. Ist das ein L oder ein XL? Das, äh, Adi, das Shirt ist cool, ne? Ja. Mit dem, äh... Schneekoppe. Schneekotze. Boah, riesen Scherzer vom Stolli. Und der ist auf Kamera. Nimm mich mit Kapitän auf die Reise. Timmel. Das ist ein Glühwein. Auf. Das ist ein Glühwein. Ja. Ja. Geiles Ding. Das ist ein Glühwein. Ja. Das ist ein Glühwein. Das ist ein Glühwein. Und das. Voll in die Kerzen. Zwei. Einmal. 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 Vielen Dank.